Yo, was geht ab Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Channel. Heute sind wir in F1-22 und wie ihr schon sehen könnt hier im Screen. Wir werden mit dem Haas erstmal fahren. Grund dafür, wir checken im Time-Trial-Modus unter gleichen Bedingungen im Bahrain mit realistischer Fahrzeug-Performance ab, welches Auto das schnellste und welches das langsamste ist. Von einem E-Sports-Fahrer mir höchstpersönlich getestet. Deswegen rein in das Video, rein in den Performance-Check und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, gerne ein Däumchen nach oben, abonnieren, Glocke an und natürlich Kommentar für den Algorithmus. Ich danke euch und jetzt Abfahrt. So, wir werden hier auch fahren mit dem Default-Setup. 50 Div und 50 Differenzial. Ah Mann, Break-Bias und 55 Differenzial mit Equal ist. Schauen wir mal, was der Haas so kann und wie er sich anfühlt. Das will ich untersteuern. Ja, da muss man viel früher auf die Bremse. Heilige Makrele. Also der Haas ist sehr schwach auf der Bremse. Im Highspeed fühlt er sich okay an. Wir werden noch eine Runde dranhängen. Das war natürlich keine Schnelle. Ja, okay, da hängen wir lieber noch eine Runde dran. Ja, das war einfach. Okay. Wir werden demands. Ja, das war natürlich auch Programme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Lila, Mittelsektor. Ah, und eine schöne letzte Kurve. Viel Schwung mitgenommen. Also 29.035 beim Alfa Romeo. Kommen wir zum Williams. Williams Racing. Ja, glaube ich jetzt tatsächlich eher, der wird langsamer sein. Vielleicht sogar als beide Autos. Mal schauen. Also, als wir geraten sind wir vielleicht eben, ja, ungefähr gleich. Vielleicht ein Ticken schneller. Aber ich glaube, gerade in den Kurven werden wir doch gegen den Alfa Romeo nicht so gut aussehen. Die Runde zählen wir trotzdem. Ja, wesentlich gerade in den Low Speed Sektion verlieren wir viel Zeit. Würde aber eher sagen, dass uns der Medium Speed mehr weh tut. High Speed scheint eh nicht zu sein. Nicht so viel definitiv schneller als der Haarstar. Ich glaube, Medium Speed ist der Haarstar ein bisschen besser. Low Speed sind wir wiederum besser. Ah, nochmal Invalid. Egal. So ist es nun mal. Also, das Auto hat viel weniger Power als die anderen Vereinsautos. Da kann man viel früher aufs Gas gehen, eigentlich angenehm zu fahren. Ja, es fehlt einfach im High Speed extrem. Ja. Ja, tatsächlich, Low Speed ist nun mal so schrecklich. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Zeit vom Haarstar im Koffer, aber ich glaube, der Haarstar und der Williams sind sehr schreckend. Spezifisch, was die Rundenzeit angeht. Und der Williams definitiv mehr untersteuern. Im High Speed, im Low Speed performt er besser als der Haarstar. Im High Speed, Medium Speed nicht so gut. Definitiv langsamer als der Alfa Romeo. Also, die beiden schenken sich jetzt gerade nichts. Aber ich glaube, der Williams ist ein Ticken langsamer sogar. Kommen wir zu Sebastian Vettel, seinem letzten Rennwagen in der Formel 1 vorerst. Der erste Martin. Oh. Und da fühle ich jetzt schon einen krassen Unterschied von der Lenkung her. Gegenüber dem Williams zumindest. Ich glaube aber auch bei den anderen Autos. Die sind schneller als der Alfa Romeo auf der Geraden. Und im Low Speed, gute Performance für das, dass wir keinen guten Exit erwischt haben. Medium Speed, ähnlich, wenn nicht ein bisschen langsamer. Ja, doch. Da ist der Alfa Romeo Agila. Im High und Medium Speed. Der ist Martin dahingehend trotzdem besser in Low Speed zu geschehen. Und auch was Traktion angeht, ist er nicht schlecht. Ja, es ist einfach diese High und Medium Speed Kurven, die liegen dem Auto gar nicht. Ich versuche ja echt so viel Zeit, wie es geht, rauszuholen, aber einfach schwierig. Eine Runde versuchen wir noch, vielleicht kommen wir ja näher ran. Also ja, High Speed, Low Speed Performance ist gut von dem Auto. Selbst mit so einem Verbremser. Ich denke, ein bisschen niedrigere Gänge helfen beim Aston Martin, weil er so wenig votiert. Zeit hat es nicht gut gemacht. Ne, da ist einfach die Luft raus, die Formals nicht da. Der Aston Martin ist leider auch langsamer als der Alfa Romeo. Da haben wir Alfa Romeo immer noch unsere Nummer 1. Aus den 4 Teams, die wir bisher gefahren sind. Letzter Williams, darüber Haas, dann Aston Martin und dann Alfa Romeo, performance-technisch. Natürlich kann das immer streckenspezifisch sich ändern, dennoch ist es ein guter Anhaltspunkt. Scooteria, Alfa Tauri, Yuki Tsunoda am Apparat. Da erwarte ich mir jetzt einen Performance-Boost. Zumindest würde ich davon ausgehen, dass der Alfa Romeo langsamer ist als der Alfa Tauri. Pace-technisch auf der Geraden, ja. Auto liegt super, oh, die Low Speaks sind sehr stark. Sehr viel Traktion. Bisschen untersteuern hier, trotzdem schneller, in Medium Speed. Mal schauen, wie es aus der Kurve aussieht. Ungefähr gleich. Hier wieder Low Speed. Zeit rausgeholt. Oh, Verbremse. Und trotzdem holen wir Zeit raus. Ja, okay, also der Alfa Tauri, der ist schon eine ordentliche Stufe über dem Alfa Romeo. Der Alfa Romeo gerade in seiner eigenen Klasse. Das ist gerade unser fünftes Team. Ich würde sagen, so Medium Speed. Medium zum Hochspeed, High Speed. Da ist der Alfa Romeo vielleicht einen kleinen Ticken mehr competitive, aber die Leistung vom Alfa Tauri und die Low Speed Performance, die macht es einfach wieder gut. Wir haben jetzt schon drei Zehnte, während wir eine... Einigermaßen nicht so gut... Oh, ja, okay, wir machen jetzt hier mal kurz einen Flashback. Zack. Runde zählt zwar jetzt nicht, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja, also definitiv so 13 Sekunden schneller als der Alfa Romeo hier in Bahrain. Okay. Ist schon ein schönes Auto, der Alpin. Muss man schon sagen, auch der Sound ganz geil. Ist er aber auch schneller. Ist er schneller als der Alfa Tauri? Ist er langsamer? Auf der Geraden ein Zicken schneller. Trotz rechts schlechter ersten Kurve competitive. Rotiert schön. Okay, die Runde ist jetzt nicht so pickelnd. Die beiden Autos sind sehr ähnlich. High Speed, Medium Speed unterscheidet sich da wieder. Gerade in der S-Sektion, da war der Alpin viel agiler. Und auch hier, die ganzen sauschnelle Kurven und Richtungsänderungen. Da kommt der Alpin zum Leben. Gegenüber dem Alfa Tauri. Ja, also Low Speed war, glaube ich, ein Ticken besser. Medium Speed, vielleicht ein kleines bisschen langsamer. Aber High Speed. Da holt es einiges raus. Oh je. Ja, das wird nichts mehr. Aber okay, das nehmen wir mal als Referenz. Wir hatten noch ein bisschen Zeit drin. Solide. Also definitiv zwei Zehntrückchen, würde ich sagen. Schneller auf jeden Fall als der Alpin. Auf einer Strecke wie Monza wäre das mal interessant zu sehen. Weil der Alfa Tauri kleines bisschen schneller ist auf der Geraden. Im High Speed. Ja, Medium Speed ist er am Start. Das könnte da enger werden. McLaren, Lando Norris, Oscar Piastri am Apparat. Servus, was geht ab? Oder wie die Engländer sagen, wo ist der Tee? Mercedes Motor langsamer. Oder McLaren zumindest langsamer als der Alpin auf der Geraden. Da haben wir aber schon ganz viel Zeit aufgeholt. Ich glaube, der McLaren wird viel angenehmer in den Kurven liegen. Ja. Oh ja. Rotiert auch viel besser im Low Speed. Ja gut, es macht Sinn, wenn das Auto eine bessere Downforce hat, besseres Chassis. Dass da vielleicht ein bisschen Drag mit eingerechnet wird. Und deswegen kommt dann hier der Unterschied. Weil ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass der Alpin Motor so viel schneller ist. Als, ähm, ein Mercedes Motor. Die Autos sind doch ähnlicher als gedacht. McLaren fühlt sich aber schöner an zum Fahren. Also, erste Runde konnten wir den Alpin nicht toppen. Sehr ähnlich. Und Alpin hatte ja auch noch einen Zehntel drin. Und selbst hier, also, der Alpin rotiert anscheinend trotz allem besser als gedacht. Vom Feeling her. Der McLaren viel angenehmer zu fahren. Ja, Runde auch. Also, das holen wir nicht mehr raus. Vor allem jetzt auf den Geraden. Das ist nur noch eine Kurve. Selbst ohne die Fehler. Ich glaube, auf einer Strecke wie Monte Carlo, da könnte der McLaren den Alpin in den Sand setzen, aber auf einer Strecke, wo Highspeed zählt, so gerade Monster, hätte der McLaren keine Chance. Und von McLaren gehen wir zu Mercedes. Schauen wir doch mal direkt, was das Team aus Brackley in diesem Spiel anscheinend kann. Das ist immer noch das Delta vom Alpin. Also, Mercedes Motor anscheinend doch viel schwächer als gedacht. Natürlich liegt der Mercedes unfassbar gut in den Kurven gegenüber einem Alpin. Da sollten wir definitiv einen Unterschied machen können. Auf dem Gas rotieren, den Curb mitnehmen. Jetzt vollgas hier durchbrettern. Das ist einfach eine Lowspeed-Maschine dagegen. Auf der Geraden werden wir jetzt wahrscheinlich wieder halb bis zehn zu verlieren. Aber auch in der Kurve gegenüber dem McLaren. Der McLaren hat da keine Zeit rausgeholt. Und auch hier wieder. Wunderschön. Die Kiste läuft. Also, ich glaube, echt Alpin best of the rest. Dann kommt Mercedes. Natürlich auf einer Downfallstrecke macht der Mercedes den Alpin komplett kalt. Ach, Mist. Ich wäre noch gerne in die 27er gedroppt. Waren einige Fehler in der Runde jetzt auch nochmal. Aber können wir schon mal festhalten, der Mercedes ist auf jeden Fall deutlich stärker als der Alpin. Und damit das neue, führende Auto in unserer Rangliste. Schauen wir uns den Ferrari an. Und dazu noch heute tatsächlich Auto-Reveal von Ferrari. Wunderschönes Auto. Mein Lieblingsauto bisher auf dem Grid für die 2023er Fahrzeuge. Wir sehen auch schon hier. Das Auto läuft. Die Kiste läuft. Schneller als Mercedes auf der Geraden. Aber ich glaube, es ist auch nicht schwer, wenn es selbst in Alpin schneller ist. Uh, uh, uh. Scuderia, aber ein bisschen loose am Heck. Man muss auf jeden Fall auch mal eine Runde gefahren werden. Aber schauen wir trotzdem mal, wie es sich anfühlt. Krass. Also das Auto viel schneller, glaube ich, als der Mercedes. Alleine wegen der Top Speed. Aber auch in jeglichen Kurven mindestens Competitives. So gerade in diesen bisschen High-Speed-Kurven ist der Mercedes schon gut. Aber selbst hier mit einem Fehler halten wir mit. Das ist schon ordentlich. Von der Scuderia. Ja, hier holen wir enorm viel Zeit raus. Es ist tatsächlich vom Gefühl her nicht so schön, wie der Mercedes zu fahren. Aber dafür rotiert es mehr und dadurch kommt die Rundenzeit. und durch die Rundenzeit. Das ist eine große Halbomaze. Wir machen die Rundenzeit. Und das ist eigentlich. Wir machen die Rundenzeit. Und um, dass der Sitzschlag ist das runde. Und das ist ja das sehr neu. Also greifen. Wir machen die Rundenzeit. Und das ist ja eine große Herausforderung. Was ist ein Schindezer-Kurven. Ja, in solchen Kurven da holt der Ferrari sehr viel raus, gigantisch. Die rote Bestie zeigt, was sie kann, Wahnsinn, also nochmal eine Hausnummer gegen den Mercedes, definitiv in jeder Performance, würde ich sagen, gerade in diesen so mittleren High-Speed-Kurven. Da würde ich sagen, Mercedes sehr eben, Low-Speed, Ferrari dominant, High-Speed dominant, mehr muss man nicht sagen, vor allem Traktion ist auch nochmal eine Sache. Die ist hier ein bisschen schlechter, trotz allem kann man irgendwie aggressiver pushen und es rotiert einfach besser, deswegen kommt darauf die Rundenzeit und natürlich High-Speed. Top-Speed auf der Geraden ist einfach viel, 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 viel mehr competitive als der Mercedes. Kommen wir zum letzten Auto, einem Auto, das wir sehr oft auf diesem Channel sehen. Mein Team, Oracle Red Bull Racing. Und nein, ich habe nicht gesandbagged, okay, ich habe nicht gesandbagged, damit ich jetzt den Ferrari oder alle anderen Autos schlage. Wir sehen jetzt ein Top-Speed vom Red Bull gigantisch gegen den Ferrari. So, erstmal schön verbremsen. Da war der Ferrari tatsächlich angenehmer. Aber krass, wie viel Performance da rauskommt aus den Kurven hier. Im Low-Speed, glaube ich, ist der Ferrari tatsächlich besser, so wie es scheint. Ja, wesentlich. Also Ferrari und Red Bull sehr eng beieinander. Aber in diesen Kurven hier, alles High-Speed, Medium-Speed, wenn ich die Kurve treppen würde, da ist der Red Bull einfach wirklich sehr dominant. Aber eventuell ist sogar Ferrari im Bahrain hier schneller. Ich glaube tatsächlich, die Online-Performance von den Autos, der Multiplayer, Multiplayer-Car und sowas, basiert auf dem Ferrari seiner Performance, würde mich nicht wundern. Oh, 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 okay. Da habe ich zu sehr gepusht. Müssen wir nochmal ran. Aber ich glaube tatsächlich, es wird schwierig, die Ferrari-Zeit easy zu toppen. Ich glaube tatsächlich, es wird schwierig, die Ferrari-Zeit easy zu machen. Ich glaube tatsächlich, es wird schwierig, die Ferrari-Zeit easy zu machen. Ei, ei, ei. Okay, ich glaube, da wird es jetzt schwierig für den Ferrari da mitzuhalten. Vielleicht täuscht ich mich auch. Ungefähr ähnlich hier. Andere Charakteristik, ähnliche Performance. Dasselbe hier. Entry und Exit ist einfach anders von den Autos. Also ich sage es so. Hätte der Ferrari den Red Bull Motor, würde mir der Ferrari besser gefallen. Vom Handling. Der Red Bull ist schneller. Aber der Ferrari irgendwie natürlicher zu fahren. Finde ich. Überraschend. Habe ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte eher Probleme, jetzt Rundenzeit rauszuholen aus dem Red Bull. Das hatte ich beim Ferrari nicht so. Deswegen ja, also Reihenfolge. Williams letzter. Dann haben wir den Haas. Wir haben... Ich glaube, da war es Alfa Romeo. Dann kamen Alfa Tauri, McLaren, Alpine, Mercedes, Scooteria und Red Bull. Und ein Team habe ich vergessen. Hä? Naja, ihr werdet es schon aufgelistet finden. Irgendwas hat da oben wieder nicht funktioniert in meiner Birne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr gern mehr solche Guides und Tests und sonst wie sehen wollt, dann gerne in die Kommentare da lassen. Zudem habe ich noch auf dem Discord-Channel jetzt mit meinen Mods einen neuen Channel eingerichtet. Deswegen einfach mal unten in der Beschreibung vorbeischauen. Da ist der Link zu dem Discord. Und da könnt ihr einfach beitreten. Videoideen reinhauen. So egal was. Egal welche Fragen ihr zum Spiel habt. Manche werde ich bearbeiten, manche nicht. Aber es gibt mir einfach eine Idee, was ich machen könnte für Content. Gerade für den Channel, was ihr gerne sehen wollen würdet. Für Tutorials oder sonst wie. Haut es gerne einfach rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Marcel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Peace.